Du musst jetzt ganz, ganz stark sein. Es gibt nicht die Super-Trading-Strategie. Es gibt auch nicht den geheimen Trading-Code, den es zu knacken gilt. Und wahrscheinlich auch nicht die Neuprogrammierung deines Trader-Ichs. Ganz sicher wirst du aber niemals Millionär an der Börse und du wirst auch kein regelmäßiges Einkommen generieren. Hört sich böse an, oder? Heute möchte ich mit dir einmal darüber sprechen, wie du es schaffen kannst und ich werfe einen Blick hinter all diese Anbieter-Versprechen. Also, let's go! Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Better World Investing-Kanal. Wahrscheinlich bekomme ich im Anschluss an dieses Video jede Menge Abmahnungen und werde dreifach und fünffach verklagt von diversen Anbietern, die ganz sicher sind, dass sie ihr individuell bestes und todsicheres Trading-Programm anbieten und dass ich sie diffamiere und totale Lügen verbreite. Und ich freue mich da schon drauf. Also, selbstverständlich, ich stehe zur Verfügung, gar kein Problem. Ich habe in den letzten Jahrzehnten auch immer mal wieder, das muss ich auch zugeben, selber den einen oder anderen dieser Anbieter ausprobiert, weil ich immer wieder dachte, naja, vielleicht kriege ich hier doch nochmal die tolle neue Information. Vielleicht haben die ja doch irgendwie die super Strategie, die ich einfach noch nicht mitbekommen habe. Und tatsächlich, am Ende des Tages war ich praktisch immer enttäuscht. Das heißt nicht, dass es nicht auch den einen oder anderen guten Anbieter gibt. Überhaupt nicht. Aber es gibt halt, und das darf ich jetzt einfach auch mal so sagen, es gab auch viel, viel Murks auf dem Markt. Bei jedem Einzelnen dieser Anbieter kannst du erfolgreich werden. Das steht außer Frage. Aber es hängt halt eben nicht davon ab, wie gut die sind, sondern wie gut du bist. Fangen wir mal mit dem Allerallerwichtigsten an. Und das ist deine Einstellung zu Börse. Ich habe in den vielen Jahren, die ich jetzt schon trade, eine Sache auf jeden Fall gelernt. Wer mit der Absicht an die Börse kommt, Geld zu verdienen und die ganze Zeit in Geld tradet, der wird es nicht schaffen. Was ich damit meine ist, es gibt die Leute, die sagen, heute habe ich 100 Euro verdient oder 100 Dollar. Ah, das ist schon mal super. Oh, und da habe ich 150. Ah, da habe ich mal 50 verloren und da habe ich wieder 100 verdient. Wer so denkt, wird es nicht schaffen. Ich sage dir, was den meisten Leuten dann passiert. Die fangen an hochzurechnen. Also, heute habe ich 100 gemacht. Letzte Woche waren das, glaube ich, 300 insgesamt. Dann habe ich nach vier Wochen 1200 und nach zehn Monaten habe ich dann 12.000. Sehr gut. Ja, und dann fangen die schon an, sich nach zehn Jahren als Multimillionär zu sehen. Denn wenn man mehr verdient, dann kann man ja auch wieder, also da hat man ja mehr und dann kann man auch mehr investieren. Und das steigert sich und exponentiert sich. Und ja, dann ist man ja ratzfatz superreich. Und das klappt nicht. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo es nicht läuft. Und dann werden die entweder übermütig, ja, oder sie versuchen irgendetwas zu reparieren. Investieren noch mehr, schießen noch mal nach, kaufen noch mal irgendwas, setzen ihre Stops nicht, ziehen ihre Stops nach. Irgendwie sowas funktioniert dann immer. Und ja, schon ist das ganze Geld weg. 80 Prozent, über 80 Prozent aller Privatinvestoren verlieren Geld an der Börse. Und die verlieren nicht temporär, sondern verlieren dauerhaft Geld an der Börse. Und soll ich euch sagen, wie sich diese Zahl entwickelt hat, seit es viel, viel mehr Ausbilder gibt, die dann dir sagen, wie toll alles ist und wie einfach Trading ist? Es hat sich nicht geändert. Es hat sich nichts verändert. Es sind immer noch die gleiche Anzahl prozentual an Tradern, die Geld an der Börse verlieren. Ich will nicht sagen, dass wir nicht mehr werden. Also grundsätzlich werden es mehr Menschen an der Börse. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, ohne natürlich die Kundenzahlen der einzelnen Anbieter zu kennen, dass innerhalb dieser Programme, die dort angeboten werden, genau die gleiche Zahl herrscht. Und das wird ja meistens auch gar nicht abgefragt. Da wird dann maximal noch abgefragt, hey, wer hat denn hier die größten Gewinne gemacht im letzten Jahr? Und der wird dann nochmal öffentlich vorgestellt. Aber wer wird denn gefragt, wer hat denn den größten Verlust gemacht? Und der wird öffentlich vorgestellt. Oder wer von den Anbietern sagt denn seinen Kunden, hey, übrigens, in diesem Monat haben wieder zwölf Leute mit Trading aufgehört, denn sie haben es nicht geschafft. Ja, sagt keiner, ne? Ist demotivierend. Das wird ja auch die Werbeversprechen eher ein bisschen untergraben. Also, wenn du einen guten Anbieter hast, dann bringt er dir auf jeden Fall bei, dass du nicht alles auf eine Karte setzt. Ja, dass du vielleicht nicht mit tausender Hebel arbeitest. Und das ist natürlich übertrieben gesagt. Er bringt dir einen Stop-Loss bei. Er bringt dir bei, wann man in einen Trade einsteigt, wann man aus einem Trade aussteigt. Er bringt dir bei, wie viel von deinem Gesamtkapital du in einen Trade investieren solltest. Auch das. Und wenn du einen richtig guten Anbieter hast, dann ist da vielleicht auch ein bisschen Trading-Psychologie mit dabei. Da gibt es den einen oder anderen, der da auch ein bisschen mit drauf achtet. Dann hast du schon ganz, ganz viel gewonnen. Und trotzdem wirst du am Ende du es sein, der erfolgreich sein muss. Wenn du einen richtig, richtig, richtig guten Anbieter hast, dann sagt er, mach doch mal ein Jahr lang Spielgeld. Und dann sagst du, ja, aber ist ja langweilig. Oder du sagst nach sechs Monaten, ach, weißt du was, Spielgeld funktioniert bei mir nicht. Und es kann auch durchaus sein, wenn du nämlich das Gefühl hast, Spielgeld funktioniert nicht, dann brauchst du den Nervenkitzel, sonst funktioniert es nicht. Was ist denn an Spielgeld und Trading anders als an Echtgeld und Trading? Gar nichts, außer, dass du keine Gewinne machen kannst. Und dass dir Verluste egal sind. Und das ist schon wieder der Punkt, wo du anfängst, in Geld zu denken. Es geht darum, dass du erfolgreich bist bei einem einzelnen Trade. Es geht nicht darum, ob du gewinnst, also im Sinne von Geld gewinnst oder Geld verlierst. Es geht darum, dass du deinen Trade erfolgreich abschließt. Und das kannst du im Spielgeld genauso machen wie im Echtgeld. Und wenn du es nicht hinbekommst, im Spielgeld erfolgreich zu agieren, wirst du es im Echtgeld zu 99,9% nicht schaffen. Es gibt immer die eine Ausnahme, es gibt immer den einen, der es trotzdem geschafft hat. Es gibt auch immer in jedem Anbieter, Akademie, Seminar, wie auch immer, es gibt immer diesen einen Vorzeigetrader, der mit dieser Strategie unglaublich erfolgreich ist, will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Was du brauchst, ist eine Strategie. Die funktioniert. Und jetzt kommt das ganz, ganz Böse. Eine Strategie reicht nicht. Eine Strategie wird auf Dauer nicht erfolgreich sein. Und dann sagst du, ja, Momentchen mal, das hat der und der aber gesagt. Eine Strategie funktioniert nur zu einer gewissen Zeit in einer gewissen Marktphase. Also es gibt ja dann immer wieder diese Anbieter, die dann sagen, da, mit meiner Strategie kannst du in jeder Marktphase erfolgreich sein. Nee, stimmt auch nicht. Stimmt einfach nicht. Wenn du dann ganz genau guckst, dann haben die vielleicht noch 4, 5, 6 Strategien, die sie dir beibringen, das sind ja dann nur so die Bonus, die extra, die Superstrategien, je nachdem, wie der Anbieter gerade heißt. Aber in Wirklichkeit sind das alles Strategien, die du in unterschiedlichen Marktphasen anlegen musst. Und das sagen die dann auch irgendwann in der Ausbildung mal. Aber werben tun sie damit meistens nicht. Also, wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel. Du sagst, ich möchte VWAP-Strategie machen, VWAP-Crossing. VWAP-Crossing bedeutet, du nimmst den Volume-Waited Average Price, wenn du nicht genau weißt, was das ist, das ist gar nicht schlimm. Das ist hier ein Durchschnittspreis nach Volumen gewichtet. Und du sagst, jedes Mal, wenn der Kurs, das ist hier meine gelbe Linie, von oben nach unten durch den VWAP geht, dann verkaufe ich. Und immer wenn der Kurs von unten nach oben durch den VWAP geht, dann kaufe ich. Und das hat jetzt zum Beispiel hier, ich bin einfach mal im Minutenschart bei Tesla, das lässt sich genauso gut auf Tages-, Wochen-, Monatschart auch anwenden. Und das hätte hier jetzt super funktioniert. Ich hätte hier verkauft. Und da wäre dann hier gegangen und da hätte ich jetzt meinen Kurs, meinen Trade geschlossen. Hätte ich einen super Gewinn gemacht. So, aber es wäre dann nicht gewesen. Ich hätte hier gekauft, ich hätte hier verkauft, ich hätte hier gekauft, ich hätte hier verkauft, ich hätte hier gekauft, ich hätte hier da verkauft, wieder gekauft, wieder verkauft. Und in der ganzen Zeit hätte ich nichts gewonnen. Ich hätte wahrscheinlich sogar Verluste gemacht. Und mit den Gebühren dann erst recht. Ja, und dann gibt es natürlich da ausgefeiltere Strategien, das ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz simples und einfaches Beispiel, um dir zu zeigen, eine Methode, die nachweislich funktioniert, also die VWAP Crossing funktioniert, das ist nachgewiesen. Ja, aber sie funktioniert nicht zu jeder Zeit, bei jedem Kurs. Das funktioniert nicht. Und da musst du ein bisschen gucken. Und da musst du ein bisschen Gefühl für entwickeln. So. Börse, das heißt es ja auch immer, ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, wenn du einen guten Anbieter findest, dann wird er dir sagen, setz nicht alles auf eine Karte. Fang nicht an, mit Riesenhebeln zu arbeiten. Vielleicht hast du da, das ist so ein ganz klassischer Einstieg von vielen, die sagen, oh, ich habe einen super tollen Tipp. Sondern ich habe hier eine Aktie, die habe ich im Börsenmagazin gelesen, die habe mir einen Kumpel empfohlen, die habe ich mir überlegt und da setze ich jetzt mal alles rein. Ja, ich habe jemanden, der hat in sehr frühen Zeiten all sein Geld in Puma investiert als Student und hat sich danach eine Eigentumswohnung gekauft, weil Puma super gestiegen ist. Super, der hatte Glück. Ganz oft haben die Leute aber dann kein Glück. Okay? Also, das kann gut gehen oder es kann schlecht gehen. Und dann sagst du, ja, aber ich habe hier eine ganz tolle Idee. Okay, ich mache einen Mega-Forex-Trade. Ja, weil da kann ich noch viel schneller reagieren und kann noch viel schneller reich werden. Weil da kann ich noch mit Hebel arbeiten. Und die türkischen Lira, ja, die werden sowieso immer schwächer gegenüber des Dollars und deswegen setze ich jetzt alles gegen die türkischen Lira im Dollarpaar. Super. Ja, kann funktionieren, kann es halt auch nicht. Und dann sagen die Leute, oh, warte mal, warte mal, aber Krypto, Krypto ist jetzt doch das Ding. Ja? Und da setze ich mich auf Bitcoin, weil der ist mir gar nicht volatil genug. Da kann ich gar nicht genug machen. Der macht nur 10, 15 Prozent am Tag, wenn ich Glück habe. Ja? Also setze ich doch mal hier auf diesen ganz Neuen, weil da kann ich innerhalb von einem Tag meinen Kapital verzehnfachen. Und wenn ich das mit Hebel mache, dann kann ich es vielleicht sogar verfünfzigfachen. Super cool. Oder vielleicht verlierst du auch einfach alles. Ja? Also, Börse ist kein Sprint. Also wie ist denn dann der Marathon? Der Marathon ist, und das ist ganz, ganz einfach ausgedrückt, ich möchte von 100 Trades mehr gewinnen als verlieren. Okay? Also wieder einfach ausgedrückt, ich möchte 51 Trades gewinnen, 49 dürfen dann verloren werden. Oder aber, ich mache 99 Verlust-Trades und einen, der mir aber so viel bringt, dass ich den gewinne. Okay? Immer mit einer vernünftigen, sauberen Strategie dahinter. Und wenn ich sage, ich will von vornherein Cashflow generieren, ich will passives Einkommen generieren, mit aktivem Trading, dann wird das bei so einer Strategie höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Warum nicht? Ganz einfach. Was passiert denn, wenn meine ersten 40, 49 Trades negativ sind? Habe ich dann passives Einkommen generiert, regelmäßiges? Nein. Habe ich nicht. Und wie viele von euch wären dann wieder ausgestiegen, weil sie unbedingt passives Einkommen haben wollten und gemerkt haben, das funktioniert nicht? Wie viele hätten ihre Strategie umgestellt, weil sie dachten, ja, vielleicht liegt es an der Strategie? Wie viele hätten irgendwie andersrum gedoktert? Ja, funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Und deswegen braucht es einfach Trader, die langen Arten haben, denen es am Anfang auch erstmal legal ist, regelmäßiges Einkommen zu generieren. Kannst du mit Dividendenaktien, dann kannst du das machen. In einer langfristigen Investmentstrategie. Da kann man das machen. Da kann man regelmäßiges Einkommen generieren. Aber mit einem aktiven Handel, das ist halt einfach schwer. Und das geht genauso wenig wie mit Optionen, mit Optionsscheinen, mit Knockout-Zertifikaten. Alles Quatsch. Und nochmal, du kannst da gerne auch die Ausnahme sein. Du kannst zu dem nicht 80% gehören. Dann klappt das. Aber es täuscht nicht darüber hinweg, dass der Einzelne es wahrscheinlich nicht schaffen wird. So. Und dann habe ich aber noch was. Und zwar hast du ja dann eventuell das schon verstanden und sagst, naja, dann, okay, und ich bin vielleicht doch selber gar kein so guter Trader, dann gebe ich mein Geld an einen Algo-Trading-Service. Also, das ist ein Programm, da gebe ich einfach nur ein Kapital hin und dann steigen die immer wieder automatisiert ein und aus nach ihren eigenen Regeln. Kann funktionieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass die alles scheiße sind. Überhaupt nicht. Aber ich frage dich eine einzige Sache. Warum? Warum machen die das? Wenn die da diesen supergeilen Algo-Trade haben, warum nehmen die nicht einfach ihr eigenes Kapital und traden damit? Und das können die dann jederzeit exorbitant steigern. Es gibt da, ich habe da wieder dieses YouTube-Video gesehen, diese Werbeanzeige, wo der Typ innerhalb von, mit 100 Euro Startkapital, 100 Dollar Startkapital in einer Stunde 1000 gemacht hat. Hey Leute, wenn der in einer Stunde sein Kapital verzehnfacht, warum, bitteschön, hat der es noch nötig, Euro 50 Euro dazu nehmen? Ja? Der ist nach einem Monat Multimillionär. Braucht der alles nicht mehr? Der ist Multitrill ja der wahrscheinlich. Ich habe es nicht mal ausgerechnet. Also warum? Und genau das Gleiche würde ich mir bei einigen Anbietern würde ich mich das auch fragen. Ja? Also, nochmal, es gibt auch einige echt gute. Ich will weder die schlechten noch die guten hier benennen, aber es gibt es in beide Richtungen. Ich kann dir aber sagen, warum ich das mache. Also Nummer 1, bei mir wirst du kein Trading lernen. Du kriegst keine Ausbildung. Du kriegst keinen Trading Algorithmus. Du kannst es entweder hart selber machen oder, und das kannst du bei mir, du kannst mir über die Schulter gucken. Ja? Du kannst meine Trades kopieren. Das sind Trades, die ich mache und wenn du möchtest, das steht jedem frei, darf er meine Trades kopieren. Ja? Und dabei hoffentlich selber lernen, wie er tradet. Bisschen was für den eigenen Handel lernt. So, warum mache ich das? Ganz einfach. Es gibt bei mir zwei Gründe. Erster Grund. In dem Moment, wo ich meine Trades an die Öffentlichkeit bringe, muss ich sie besser selber kontrollieren. Ich muss noch nachhaltiger arbeiten, weil ich eine Verantwortung habe und weil mir sonst ganz viele Leute aufs Dach steigen und sagen, Marvin, was hast du denn da gemacht? Ja? Das hilft mir in meinem eigenen Trading. Das verhindert, dass ich sloppy werde. Dass ich irgendwie so, ah hier, mach mal dies, ich mach mal da, ich mach mal da irgendwas. Ja? Die Trades, die ich online stelle, die sind sauber nach Herz und Nieren geprüft. Das heißt nicht, dass sie alle gut sind. Überhaupt nicht. Da gehen auch Verlust-Trades mit bei. Aber das heißt auf jeden Fall, dass ich diese Trades durchaus dreifach prüfe. Und das Zweite, ich mache die ja sowieso. Okay? Ich werde diese Trades sowieso eingehen. Warum nicht die Trades gleich noch online stellen und wenn du damit profitieren kannst und mir dafür noch 10 Euro im Monat 10 Euro gibst, dann habe ich noch was verdient. Du siehst ja, davon werde ich nicht reich. Überhaupt nicht. Überleg mal, wie viele Menschen bei mir mitmachen müssten, damit ich davon reich werde. Das wird nie passieren. Ist doch gar nicht mein Ziel. 2,50 Euro extra. Ja, der kapitalistische Gedanke ist mit dabei. Das verheimliche ich auch überhaupt nicht. Und wenn dann der eine oder andere nach ein paar Monaten kommt und sagt, hey, ich habe da echt was gelernt oder Dankeschön für den Trade, dann ist das für mich noch viel, viel mehr Bezahlung als alles andere. So. Ich hoffe, du hast ein bisschen was aus diesem Video gelernt. Ich hoffe, du überlegst dir dreimal bei dem jeweiligen Anbieter, ob du das eingehst. Lies dir auch mal einfach die Inhalte seiner Ausbildung mal ganz genau ohne Gier durch. Die Gier ist es ja immer, die dann bestimmt, dass wir da mitmachen. Und schau mal, ist das nicht was, was ich auch einfach in 20 Minuten ergoogeln kann? Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, ja, dann mach es doch mit. Die guten haben auch meistens einen Testzeitraum. Und ja, solltest du anderer Meinung sein, hau den Kommentar hier unter dieses Video. Gar kein Problem. Gib mir einen Daumen nach unten. Schreib mir eine E-Mail. Freue ich mich auch jederzeit. Ich beantworte die auch. Auch das verspreche ich dir. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal einen richtig guten Handelstag und sage bis bald.